Super, wie man sieht, dritter Platz. Unglaublich. Ich glaube einfach, dass ich mit vollem Risiko einfach runtergefahren bin und mit dem Sprung, das hat mir echt gut getaubt und ich bin auch mit den Erwartungen gar nicht reingegangen und vielleicht hat es daran gelegen, dass, weiß ich nicht, andere gehen da mit, weiß ich nicht, welchen Erwartungen rein und machen sich Druck und ich bin lästig reingegangen und jetzt hat es geklappt. Echt super. Ich kann es so gar nicht so richtig glauben, dritter Platz im Weltcup. Mein bestes Ergebnis. Echt super. Total toll. Jetzt geht es dann erst ins Hotel und dann werden wir vielleicht mal ein Bierchen aufmachen zum Feiern. Genau.